herzlich willkommen zu einem ganz weiteren video jetzt nicht gleich abschalten sondern ich will euch etwas sagen ihr könnt echt gratis games bekommen nämlich der spieleboy der auch die turnierwoche veranstaltet hat hat gesagt er soll sein gewinnspiel ein bisschen mal promoten dass mehr leute bis ein gewinnspiel mitmachen können und er verlost eine 25 oder weiß nicht 25 euro items für unsere google play karte und mit denen könnt ihr euch dann gratis games holen das heißt eigentlich eine richtig 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 eine nice sache danke nochmal an dich der link von dem video von spieleboy befindet sich unten im video schaut unbedingt bei ihm vorbei er wird das eben dann veranstalten ja abonniert ihn gerne und freut mich richtig ein daumen nach oben da an alle die jetzt bis weit geschaut haben bin ich gespannt wie viel auf das video bekommt es auch ein experiment experiment wie das chili gemacht hat auf jeden fall schaut unbedingt bei spieleboy vorbei und da könnt ihr gratis games bekommen wenn ihr mit dem gewinnspiel mitgemacht hat und jetzt spende ich doch mal den gewinner ein der beim gewinnspiel beim letzten gewinnspiel gewonnen hat das heute dir jetzt eingeblendet gesehen hoffe ich dass das funktioniert ja und das soll mich mal in die kommentare schreiben ich sage jetzt einfach im nächsten video ciao